Aber du hast ja mit dem Verhalten angefangen, was ich da ansprechen musste. Nein, ich verhalte mich so, wie ich mich verhalte, weil das natürliches Verhalten ist und du münzt es als ein Problem. Na, also dann haben wir jetzt einen Definitionsstreit, was natürliches Verhalten ist. Oh, was ist Kotze a la mariniare? Mariniate Kotze. An sich jetzt immer viel zu trinken ist sicher gut. Also einfach, dass wir abends weiter halt saufen. Und so kannst du nicht vor die Schüler treten. Ist dir schon klar? Haben Sie diese Frau gesehen? Gestern oder vorgestern? Es ist gerade alles ein bisschen schwierig zu Hause, wenn ich ehrlich sein soll. Meine Freundin ist gerade weg. Ach, ich bin glücklich. Habe ich noch Blut? Bisschen, was steht hier? Das ist meine Küche und nicht deine Küche! Hallo Kinder! Boah, ich bin echt voll fertig. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Und manchmal ist das Gefühl ja wichtiger, als wie es gerade ist. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen glücklich. Ich bin glücklich. Aber ich bin glücklich. Und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020